Willkommen, Freunde des gepflegten Lärms, zu Work of Sirens, einer weiteren Ausgabe unserer Review-Abteilung. Und ja, ihr könnt es ja schon am Titel sehen, heute habe ich was Außergewöhnliches. Heute geht es um diese Scheibe hier, um Cameron Graves 7. Und wenn ihr euch fragt, was Cameron Graves auf diesem Kanal zu suchen hat, viele werden es vielleicht gar nicht wissen, dass Cameron Graves ein Jazzmusiker ist und warum wir Jazz auf dem Hardcore-Heavy-Metal-Kanal haben, das hat natürlich seine Bedeutung, abgesehen, dass Jazz natürlich trotzdem großartige Musik ist, die ich nebenher viel höre, weiß ich natürlich, und ich bin völlig im Bilde, dass das nicht für jeden irgendetwas sein wird. Aber warum ich ausgerechnet Cameron Graves von der Jazz-Abteilung jetzt hier reinnehme, hat seine Bewandtnis darin, dass es nicht einfach nur sich hier um Jazz handelt, sondern Cameron Graves hat hier mit einer Kombo seine Vorliebe für Metal. Im Endeffekt Metal gespielt von einer herausragenden Jazz-Kombo. Und Cameron Graves ist derjenige, der zum Beispiel einer seiner Lieblingsbands ist, Meshuggah und viel Progressiv-Metal hört er. Jazzer sind ja immer auch interessiert, an die musikalischen Grenzen zu gehen und die Einflüsse von Metal, gerade was die Rhythmus-Fraktion betrifft, hat Cameron Graves schon immer interessiert. Die Band kommt aus der West-Coast-Szene, Jazz-Szene. Cameron Graves ist dort eine Größe in der progressiven Jazz-Szene. Also es gibt auch eine Progression innerhalb der Jazz-Szene, die ja sowieso schon selbst sehr progressiv ist selbst. Und an den Drums ist hier Mike Mitchell. Mike Mitchell ist einer, der schlichtweg alles spielen kann, von jeder Art von Jazz und eben auch hier zum Beispiel Blastbeats. Und wie sich Blastbeats anhören, untermalt von einem Staccato-Gewitter am Klavier von Cameron Graves, der hier Klavier spielt und auf dem letzten Song dann auch noch singt. Dem kann man sich hier überzeugen. Und im Endeffekt glaube ich, dass nicht nur die, sage ich jetzt mal, die härtere Fraktion, die Metal- und Rock-Fraktion irgendwie, die mit Jazz noch nie irgendwas zu tun hatte, irgendwie ein bisschen komisch gucken wird, aber glaubt mir, auch in der Jazz-Fraktion wird man dieses Album etwas merkwürdig beäugen. Das Interessante ist, wenn es, ja, der typische Mettler, sage ich jetzt mal, muss sich ja oder hat sich ja wahrscheinlich jetzt irgendwie in seinem Leben selten mit Jazz im Grunde auseinandergesetzt. Es gab natürlich auch immer Verbindungen von Bands, die versucht haben, Jazz-Einflüsse zu machen. Beim Rock klappt das sehr, sehr gut, beim progressiven Rock. Bei Fusion zum Beispiel, wie ihn Miles Davis aufgebracht hat, hat das in den 70er Jahren bis heute sehr gut funktioniert. Aber mit Metal und dem Jazz war es doch immer ein bisschen schwierig. Und versteht mich nicht falsch, das hier ist kein Metal-Album, aber es ist technisch, stellenweise hier zum Beispiel gerade auf der letzten Seite. Ich muss euch mal gucken, ich versuche euch zu verlinken, damit ihr das mal anhören könnt. Zum Beispiel gerade das siebte Lied Red ist ziemlich hier super, super Universe. Das ist im Endeffekt nichts anderes wie Technicke, Death Metal in der Sequenz gespielt, von einem Jazz-Ensemble mit Klavier, mit Gitarre. An der Gitarre haben wir hier den, wie heißt er, den Colin Cook und am Bass den Max Girl. Und ja, additional spielt hier auch noch ein Saxophonist Mist mit auf zwei Scheiben. Das ist der Karmazi Washington, der im Moment gerade in L.A. zum Beispiel eine große Nummer am Tenorsaxophon ist, auf Song 2 und 4. Spielt also nicht auf dem ganzen Album Saxophon, sondern es ist wirklich getragen von Cameron Graves staccatoartigen Klavierspiel und trotzdem sehr jazzigen, feeligen Klavierspiel von Mike Mitchells Blastbeats-Speed-Schlagzeug, stellenweise, der hier technisch auf einem allerhöchsten Level spielt und natürlich Colin Cox Gitarre, die jetzt eher ein bisschen im Hintergrund so die Sachen moduliert, mitmoduliert. Also die ist jetzt nicht so, wie wir es im Metal kennen, so im Vordergrund. Und das ist eine sehr interessante Kombination, die ich jedem empfehlen würde, der sagt, naja, ich mit dem Jazz, da habe ich noch keine Berührungspunkte gehabt, aber wenn jemand aus dem Metal kommt und sich vielleicht dem Jazz annähern will, ist das hier sozusagen ein Puzzlestück. Das Album ist auch recht kurz mit seinen 34 Minuten. Es ist ein einziger Wirbelwind, der hier 34 Minuten auf allerhöchstem musikalischem Niveau natürlich vonstatten geht. und der geneigte Metal-Fan wird hier immer in den Passagen erkennen, wo die Death-Metal- und Thrash-Metal-Elemente eigentlich sind. Und die beziehen sich hier hauptsächlich eben auf die Rhythmus-Fraktion, dass zum Beispiel der Bass die Gitarre doppelt und hier in dem Fall das Klavier doppelt. So diese Staccati, die eben aus dem Death-Metal und die Blastbeats vom Schlagzeug, die hier trotzdem von einem Jazz-Schlagzeuger gespielt werden. Und es ist keine Parodie oder sowas. Man kann ja immer sagen, ja gut, ein Jazz-Musiker parodiert sozusagen Thrash-Metal-Attitüden. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Das ist ernst gemeint, weil Cameron Graves eben auch ein großer Fan von harter, guter, progressiver Metal-Musik ist oder auch dem Chant, wie Meshukka, wie ich schon erwähnt habe. Und das ist sozusagen eine Reminiszenz und nie gehört. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hey, das ist ein Jazz-Album, hört da mal rein, sondern es ist wirklich, also Cameron Diaz, äh, Diaz, Cameron Diaz, Cameron Graves nennt seine Musik selbst Jazz-Thrash. Und das ist eigentlich nichts, was man jemals vorher gehört hat, weder in den Jazz-Kreisen. Es gibt dann immer schon so Anlehnungen, auch dass Metal-Bands irgendwie versuchen, jazzy zu sein, aber weniger, dass Jazz-Musiker versuchen, metallisch zu klingen. Und deswegen gibt es hier dieses Album heute, als ich habe ja schon angekündigt, dass ich das machen werde. Hier sind elf Lieder drauf. Es ist ein bisschen zu kurz, meiner Meinung nach hätte es ein bisschen länger sein können, aber man merkt, dass es natürlich trotzdem eher ein Gimmick von Cameron Graves ist. Gimmick, wie gesagt, nicht als Parodie gedacht, aber es hat dann in seiner Kürze auch einfach nur, es hätte durchaus so, wenn ich das kritisieren will, länger sein können, bis in zehn Minuten länger, vielleicht auch noch ein episches Stück. Die Songs gehen alle zwischen zwei und drei Minuten. Und es sind natürlich Schaustücke, wie man so Metal mit Jazz verbinden kann. Und trotzdem eben nach Jazz klingt, nach was klingt es eigentlich? Einzigartige Soundkulisse, wo ich so noch nie gehört habe. Und deswegen ist dieses Ding auch auf diesem Kanal. Ich will ja sowieso die große Range abdecken, sage ich jetzt mal, zwischen Proto-Metal, Hardrock, das wisst ihr ja, bis hin zu allen Formen des Metal. Da ich natürlich nicht alles gleichzeitig auf diesem Kanal machen kann, dauert es immer ein bisschen bis, also es wird fast alles bedient hier, was Rang und Wert hat in der Rock- und Hakenmusikszene, von Progressive Rock bis Progressive Metal, Thresh Metal, Death Metal. Wir wollen ja alles irgendwie nach und nach in diesem Kanal aufbauen. Also wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr sagt, ich will gern dies, schreibt mir das alles in die Kommentare. Ich notiere mir alle Vorschläge, alle Wünsche, auch wenn ich nicht direkt darauf reagiere. Es ist alles vermerkt, sodass wir hier auf Work of Sirens den substanziellen Musikkanal langsam aufbauen. Es wird nicht alles für jeden immer dabei sein. So die härtere Fraktion wird dann sagen, ach, wieso kommt denn dies? Und die härtere Fraktion wird sagen, ach, wieso ist es denn immer nur hart? Also man kann es ja sowieso niemandem recht machen. Der härtere, der Rock-Bereich ist ein ganz großer Bereich. Aber ich werde mich bemühen, diesen Kanal auszubauen, sodass für jeden mehr oder weniger was dabei sein wird. In diesem Sinne bleibt mir bewogen und keep on rockin' und jazzin'. También assunto 4 Minuten nach dem crew sabe Musрамmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmar appealing Infrast ال więks puedoysMOVis